Ich muss mal einwerfen, nicht, dass man uns noch als Fantasten darstellt und so. Ich habe das kurz angeschnitten, wie das läuft, wie die Natur das geregelt hat. Machen Sie es so wie wir, weil Sie so wie wir sind, überleben Sie und werden es immer besser haben, werden es leichter haben. Und das ist wirklich so, weil nur durch Arbeit kommt der Mensch weiter. Und so wie er zu viel feiert und nur dumm tut und so, regelt die Natur gleich gegen, weil er ist nichts wert. Das wird auch nicht belohnt, dann belohnt er sich selbst, der Mensch mit Drogen und allen anderen Sachen und Fäden und was weiß ich alles. Und Naturalien und so, belohnt er sich dann mehr, sondern es ist im Prinzip vorbei. Das ist eine eindeutige Regelung der Natur. Weil, das ist ja so, wenn die Natur schon so eine Spezies rausfängt, das sollte jedem klar sein, die so ein trainiertes Gehirn hat, sollte diese Spezies gefährlichst ihr Gehirn weiter trainieren. Und auch wir wurden im Prinzip dazu gezwungen und geleitet von der Natur. Ohne, dass wir dafür was von Arten. Das haben wir später etwas. Und so, und wir sind da keine Phantasten. Und genauso wird es sein, macht man das so, wie wir es haben. Wie wir das sagen, ist alles in Ordnung. Arbeitet man zu wenig, fördert man sein Hirn, fördert man sein Hirn zu wenig. Also, glaubt das Hirn, sag ich mal jetzt so, das ist natürlich über sieben. Also, merkt das Hirn, das nicht gefordert wird, entwickelt es ein Eigenleben, was man dann anders beschädigt. Und dann ist vorbei. Das ist die genaue Regelung. Nur durch Arbeit und durch Denken und produktives Handeln für die Sippe damals ist der Ur-Menschwein. Und die Menschheit sowieso. So in einem Moment, denken wir, sie ruht schon ziemlich lange. Und dieses Abwehrt, das ist schon längst dabei. Da muss man das Ruder ganz schön rumreißen. Da muss man dann auch gewisse Vorbildfunktionen erfüllen für die Jugend, dass sie sehen, ja, die beiden leben, so das stimmt. Gut, dass sie nun so viel Geld haben, da können sie auch nichts dafür. So, wir haben es im Moment auch gar nicht. Aber, dass wir eigentlich trotzdem total normal gewesen sind, müsste jeder merken, na, sonst hätten wir aber durchgedreht diese Zehnwärme, das ist schon gar nichts mehr wert. Oder? Ja. Zumindest wenn wir mal hier waren, wir waren es ja, dass wir nicht hier waren. Oder jetzt, Link, wie wohl. Man muss da schon ein bisschen anders sein, um mit diesem Geld umzugehen, sonst zerstört an dieser Leichtung, auch das ist wieder eine Regelung der Natur. Aber, die kaufen dann irgendwas und so, gut, dann unterstützen sie dann den Nationalhaushalt ein bisschen vom Staat, und andere Filme dann damit gewinnen machen, und präsentieren dann irgendwas und präsentieren ständig sich. Oder Politiker spielen dann die Super Entertainer oder so immer wieder, weil sie können eigentlich anders, ne, nicht in der Natur, denn das ist der Knack, den sie dann an den Film machen. Oder präsentieren dann unwahrscheinlich tolle Macht wie Gauch und Merkel und so, was gar nicht angebracht ist, ne, was das Volk abschreckt und das weiß ich nicht, was das Volk ist. So, aber das ist eben das, was wir versuchen, jungen Menschen zu sagen, die nicht die Chance haben oder die nicht die Eltern haben, wo die Eltern es gerade geschafft haben, dass die Menschen, junge Menschen, vielleicht studieren können oder so, oder schön gelernt haben, die sie in der Schule und so, nur für die Eltern alles geben mussten. Ja, dass sie diese Sicherheit haben und so. Oder auch andere Eltern, die selbst nicht so können, weil sie vielleicht drogensüchtig sind oder so, dass die jungen Menschen das auch verstehen. Oder eben auch Menschen, die hierher gekommen sind, wo die Eltern gar keine Schulbildung haben und die das erste Mal Schulbildung gelassen haben und das bisschen verstehen und die Eltern, denen nicht diese Antworten geben können, die den jungen Menschen dann fehlen, weil sie wissen es einfach nicht. Nicht, weil sie dumm sind oder so, oder unfähig zu leben oder besonders blöd oder besonders faul waren. Nein, weil der Staat, wo sie herkommen, ihnen das nicht geboten hat. Und das ist immer noch ein unwahrscheinliches Privileg, wenn man als normaler Mensch, auch als armer Mensch, als armes Kind einer armen Familie zur Schule gehen kann und was lernen kann. Und das lernt, was alle lernen. Was noch nicht im Kommunismus war. Auch da wird dann eben gleich unterteilt. SED bevorzugte und das Volk. Wie das immer gesagt hat. Oder die Berliner, kommst du aus der Republik? Ja, so war das dann. Das möchte ich auch noch jungen Menschen sagen. So, aber jetzt fangen wir mal wieder an mit der Rubrik.